Wir machen jetzt natürlich, wie begrüße ich richtig, den Kollegen, auch nicht. Wenn wir Herrn Wildner ein bisschen über die Arme greifen, beziehungsweise Herr Wildner spielt den Kollegen, den ganz normalen Verkäuferkollegen, ich bin auch ein ganz normaler Kollege, das heißt logischerweise, das heißt ja klar. Wir kommen uns einfach entgegen und wir machen das erstmal so, wie es auf keinen Fall geht, wenn man einen Kollegen nicht begrüßen sollte. Wir kommen jetzt entgegen, wir kommen jetzt entgegen, wir stellen uns vor, es ist 9 Uhr, das machen wir jetzt mal. So soll es auf keinen Fall gehen. So jetzt machen wir eine Version, einmal wieder, jetzt machen wir eine Version, wie das gehen sollte, wie man korrekt einen Kollegen begrüßt. Und jetzt. Oh no, da bist du da! Das ist so gut, das ist so gut, top, die werde geht! Die top, die werde geht, ja. Moment, die top, die werde geht, heißen natürlich, am Ende des Tages wäre natürlich die Zahlen für dich, wäre besser. So, jetzt machen wir, wie begrüßen wir ein VKL? Das ist ja ein bisschen was anderes. Das kommt, wie wir es natürlich jetzt nicht machen sollten, ist so. Ach du Scheiße! Ja, VKL sagt natürlich voller Luken und Tags. Jetzt machen wir die Version, wie es nicht geht. Oder die Version, wie es geht. Also jetzt machen wir die Version, wie man korrekt einen VKL begrüßt. Ja, moin, alles klar oder was? Das ist ja auch voll voll hier heute! So machen wir das korrekt. Gehen natürlich dann ganz weiter. So, jetzt kommt natürlich die Version, wie es sich die Geschäftsleitung anbietet. Das ist ja noch was anderes. Wie es natürlich nicht gehen sollte, was im Vertrieb ist, machen wir jetzt. Moment! Ich bin natürlich erstmal der Verkaufsgangsfamil, ich sehe die Geschäftsleitung oben. Komm, gerade um die Ecke. Und! Also, alles bestens, Verwahrung passiert, jeder Kunde wird bedient. Jawohl! So, wie das jetzt natürlich geht, machen wir jetzt. Hey, voi, legal, maats! Boah! 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 So machen wir das. Oder morgen wird es mein... Morgen wird es sein.